So meine Kollegen, wir waren gerade auf der Insel, ne? Und jetzt sehe ich gerade, dass da Athena rumkurven. Und das heißt, zerstöre fünf Athena. Also schauen wir mal um ihn zu den schönen. Okay. Ich hoffe, das ist nicht so ein Endgalone oder so, wie das heißt. Es ist Zeit für ein bisschen Unendlichkeit. So, schön. Ja, lecker mich am Arsch, ne? Ist das Geiles. Und jetzt ein Tag. Mannschaft zu mir. Wir schicken sie zu Poseidon. Was ist gesagt? Irgendwirst du umbringen? Hans Wurst? So. Was ist denn jetzt umgebracht? Das sind die Maschinen und meine Leute. Das ist ja unglaublich. So. Geht das jetzt um den? Ich muss die Besatzung töten. Keine Pfeile mehr. Na Tor. Keine Pfeile mehr. Hin und da. Gehen wir da. Okay. So. So. Ach, nö. Ach, nö. Oh. Jungs. Hilfe. Ich kann nicht schwimmen. Aui. Trägt sich schon gut an. So. Weck da. Spritze. Was sind die Athener zu Hause? So. Okay, doch vorne ist eins. Hm. Sind zwei sogar, ne? Oder? Und Schub. Nicht zur Hälfte. Und. Warten. 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 Und das Keller. Na, Jungs. So, rüber und jetzt Schub. Wir segeln so schnell es geht. Wir können das Feuer nicht mehr. Schützen. Drachsposition. So. Und entern. Wir können auch. Malaka. Malaka. lacker mal lacker aber fertig das mit dir mal lacker macht sie fertig ja aufbüssen kann man nicht schwimmen vielleicht super burschen nein das lasst man doch richtig schön treiben ich lasse mich treiben wie ein schiff auf dem ja so aber vorne Hoppala! So! Malakka! Jungs, macht es das fertig! So! Tschüss! Hoppala! Entschuldigung! Wie in der andere! So! Schild weg und Schild weg und... Ich schlachte dich ab, hat Cassandra gesagt! So! Da war scheiße drin! Na! Vorne ist noch eine Kiste! Die musst du unbedingt mit! So! 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 So rück! Alles okay! So! 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 Oh yeah! So! Ach, bam, Alter! Zack, boom, Alter! Da liegt er schon. Oh, gewing! Schön oder nicht? Jawohl! Das habt ihr fein gemacht, deswegen wird sie auch nicht ausgelacht. So! Da vorne ist noch eine Kiste, die müssen wir aufmrollen. Schön! So, gibt's da nicht alles? Zwei Schiffe noch! Jungs, dann haben wir die Quest erledigt! Zack, zack, zack! Jawohl, das treibt gut! So! Wir brauchen eine Reisegeschwindigkeit, um eine bessere Übersicht nach vorne. Oh yeah! Oh, das ist kein Scheiß, Jungs, gell? Auch mal lachen! Oh, der Pfeil ist noch was. Egel einholen! Voller fort! Kraft, schneller! Gleiches Nichts nur heisen! Passt auf, Heide! Wo wen? Na? Und gewin! Wir sind ja richtig gut! Blündern tut gut! Hebt die Mora! Spiel mit Admiral! I pingst die Kassandra! Jawoll! Komm her da! Zack! Kassandra, die widerspenstige! So! Machen wir ein bisschen Feier! So! Jetzt machen wir die Meier! So! Wo? So! Kollege, komm her! So! Und stieb ein bisschen! Und stieb ein bisschen! Macht sie das fertig? So! Über die Planke! So! Jetzt haben wir das Scheinkopf! Ja! Ja! Das ist mit der Hinder! Das ist mit der Bergartenmoral da! So! Hoila! Ja! Ich pingst die Kassandra! Ich mach mich kalt! So! So! Kurschen macht sie das! Und! Hau ruck! Hau ruck! Hau ruck! Sehr nice! Super habt ihr das gemacht! Wollt ihr nur sagen! Adlerheben haben wir gekriegt? Okay! Machen wir einen Adler! So! Ich bin schon da, Burschen! Ah! Falsche Seiten! Ich bin eine gesuchte Frau! Kein Zweifel! Ich bin eine gesuchte Sau! Hat sie 10.000 damals gekriegt? Boah! Es gibt vieles zu tun! Und so viel Unbekanntes am Besuchten! Jaja! Jaja! Ich bin mit deinen Geschichten im Alter! Grüß euch! Grüß euch! So! Ein was? Was? Ich will ja Athena killen! Dein Bergatmiral dahinten! Hm... Ist das ein kleineres Schiff? Egel hoch! Los! Zeig mir! Komm zu mir! Weg! Späre werfen! Gleich liegt's dir wohl! Erbrennt sie! Erbrennt sie! Erbrennt noch mal! Herr Huber! Erbrennt ihn! Alter! Ist der Bergatmiral dahinter uns? Naja! Passt schon! Ah! Eine Runde Burnern, ne? So! Pferda! Für Haris! Barry! Und die Henderson! Wir lassen! Wir verloren! Wir sind zu! So! So! Tschüss! Haben wir's jetzt da? Die Quest! Na, treib dich was! Na, treib dich was! Lass mal treiben, Alter! Warte mal! So! Quests! Das haben wir jetzt auch abgeschlossen, ne? Wenn der Konter an! In der ganzen griechischen Welt! Was ist denn das überhaupt? Keine Ahnung! So! Wie schaut denn die Lage aus? Warte mal! Ist das denn das ferner? Ich glaub die haben wir uns abgesehen, ne? Warte mal! Wir begeben uns da mal hin! Kapitän! Sie versuchen uns zu rammen! Wer? Übernehmt die Position! Sie umzingeln uns! Wer denn? Legt euch in Zeit! Eure? Man, was ist mit euch? Verpissst's euch! Das ist mir egal, Alter! Sing dich auch, oder? Seilf der Schuld, ne? Hätten sie uns den Tor lassen. Haben wir nicht hören, wie der muss fühlen. Was ist denn mit dir? Du brauchst nicht so einen Stress weiter. Geht's denn nicht gut, oder? Gehen wir ein bisschen schlafen. So, hoppala. So. Jungs, lasst euch nicht einschüchtern. So. So. Das macht Spaß. Oh yeah. Komm ja da. Zack, oder? So, tschüss, oder? Schau zuerst nach vorne. Hey, hey. Das ist meine Leitung-Truhe. Ja. Hey, hey. Hoppala. Cassandra, aufpassen. Was ist denn da? Der ist ein bisschen stark, ne? Danke. Gute Arbeit, Junge. Da ist mein Arsch geredet, oder? So. Da ist mein Arsch geredet, oder? Äh. So. Was ist mit euch, oder? Das ist dein Arsch, oder? So, wie ist das? Das ist mit euch. Oh ja, das ist mit. Das ist mit euch. Ja, das ist mit. Du darfst, Nuss. 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 Ich muss die Pfeile machen. Ja, so viel Zeit muss es sein. So. Die Mannschaft ist gleich da, oder? So. So, gehen wir da rüber. Oh, ne es geht nicht so, ach es ist schade. Hoppala. Was tut denn das da? Blauen. Was ist denn da für grudelnd Muttel jetzt? So. Ihr verpisst euch einmal bitte. Hallo, ich sehe nichts. Jetzt soll ich ein bisschen vertönisieren. Ich weiß noch nicht. Hoppala. So. Ja, ja. Oh, na. Was ist denn jetzt nicht gut? Oi, oi, oi. So. Das andere wollte ich ein bisschen. Aber auch nur ein bisschen, ne? Oi, oi, oi. Dann können Sie mal ein bisschen vorbeifahren. Ich weiß noch nicht. Was ist denn da? noch scheiße die wandern ich gewandern und der zu durchschießen das wortzen ich jetzt ist und reich erschießen da immer hoppala keine pfälle nach das andere das ist eine arbeit 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 brauchst du licht nein ich brauche ein bisschen geduld da ne So, wer schießt denn da immer jetzt auf mir? Oida, so, la 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 la, die Kassandra ist im Arsch, la ist nur die Wiese im Arsch, so, guck. Neue Taktik, Tick-Tack, warte mal. Na, kann ich gerne runterziehen? So, geht das? Schwimmen? Oh, das ist halt nur noch gleich. So. So. Der reagiert nicht drauf, ne? Aufstehen. Ach du Scheiße. Sind die aggressiv? Nein, die sind ja zum Entern bereit, drüben. Das ist eine Belohnung für deinen Kopf. Ja, ja. Wo ist unser Schiff? Wo ist unser Schiff? Da. Da. Ja, in der Folge haben wir gar nichts geschissen gekriegt, ne? Wir haben nur geschaut, blöd gewartet. Ja. Aber immerhin kriegen wir da eine Blinder-Party gratis. Ne? Warte mal. Entern. Bereits am Entern. Folgt mir und lasst sie büßen. Warte mal. Ja. Das ist mir zu viel schon, dass wir da. Das ist mir zu viel schon, dass wir da. Hoppala. Und tschüss. Hoppala. Das andere. Mach den gar nicht. So. Und rüber. Hoppala. So. Hm. Wir wollten ja hier hin, ne? Ursprünglich. Schauen wir mal, wenn wir hinkommen an die Probleme. Es gibt viel zu tun. Und so viel Unbekanntes an uns. Macht schneller! Bereilt euch! Okay. So. Jo. Ich komm gleich. So. Schui. Jupp. Ich blute. Na. So. Spring rauf, Kassandrachin. Silberinsel. Vom Reichtum zur Rebellion. Rebellion. Oh. Kynottos Ruinen. Okay. Warte mal. Jo. Lecker mio. Das ist ein gefährliches Pflaster, Kassandra. Müssen wir aufpassen jetzt, ne? Okay. So. Hm. So. Na. Na, guck. Na. Na. Das ist die falsche Sorte. Was ich gerade sah? Doppeligen schon. Na. Na. Ah. 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 Eeeh. Sinconisieren. So. Und somit.. ...haben wir wieder einen neuen Wegpunkt. sehr gut ikarus wahrnehmung 5000 punkte erhöht keine ahnung naja schaut nicht so blöd aus nicht so däppert sagen wir nicht so ok die ganze insel könnten wir so einander nehmen wieder oder ich weiß nicht warte mal nachrichten ja ich weiß auch nicht ein 19er gebiet haben wir da auch das ist scheiße das da noch da müssen wir auch hin mal lakker wie du mein netzer wie gehabt die kassandra holden mond an und wir für tschüss möchte bis zum nächsten mal